Wie viele Krankheitstage sind in Deutschland eigentlich erlaubt? Wie viele Krankheitstage im Jahr sind zulässig? Wenn du diesen Kanal schon länger guckst, dann wirst du vielleicht sagen, Prederek, das ist ja wirklich eine sehr dumme Frage, denn es gibt doch keine Zulässigkeit von Krankheit. Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt und wenn der Arzt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellt, dann bin ich krank, bleib von der Arbeit weg. Solange ich eben arbeitsunfähig bin, dann ist halt die Arbeitspflicht suspendiert. Und wenn ich drei Jahre arbeitsunfähig bin, bin ich drei Jahre weg. Also was soll diese Frage? Ja, Mann, du hast recht. Was ist das für eine Frage? Das ist so eine Frage, die wir täglich in den Medien lesen. Und hier in dem Fall von Merkur, für die ich mich auch schon öfter interviewt habe. Und das ist wirklich keine dumme Zeitung, Merkur.de. Das erkennst du schon daran, dass ich da auch öfter mal was sage. Und trotzdem lese ich da diese Frage. Wie viele Krankheitstage sind in Deutschland erlaubt? Sogar noch krasser zugespielt, als würde das eine Verbotsnorm sein. Nach dem Motto, wie schnell darf ich fahren? Und wenn ich schneller fahre, dann begehe ich eine Ordnungswidrigkeit oder im Extremfall eine Straftat. Nein, die Frage ist falsch. Absolut falsch. Die wollen wir uns auch nicht jetzt hier die Antwort angucken. Ja, aber ich will hier das Ganze zum Anlass nehmen. Was ich habe den Artikel jetzt auch nicht weitergelesen. Ich nehme an, das wird da dann auch so behandelt oder hoffe das. Ja, wir wollen also sagen, diese Frage ist falsch, aber wir wollen uns noch mal kurz vergegenwärtigen. Und so lautet die Frage, was muss ich denn fürchten, wenn ich so und so lange krank bin? Wie lange kann ich denn unproblematisch krank sein? Also wenn du, ohne dass jetzt irgendwelche Nachteile für mich drohen. Ja, also krank ist krank, fertig. Folgende Folgen hat das. Wenn du bis zu sechs Wochen bekommst du Entgeltfortzahlung, ja, wenn das danach noch mal eine Unterbrechung gibt oder eine andere Krankheit, dann gegebenenfalls auch noch mal sechs Wochen. Es kommt also dann sehr stark auf die Krankheitsursache an, weswegen wurdest du arbeitsunfähig. Das ist die Entgeltfortzahlung. Danach geht es weiter mit dem Krankengeld. Wenn das Krankengeld auch irgendwann zu Ende ist, dann geht es um die Frage Rente oder Arbeitslosigkeit. Das wollen wir jetzt ja auch nicht im Detail vertiefen. Die Frage, die da eher dann da vielleicht hinterstehen könnte, wenn man jetzt mal überlegt, was in den Köpfen so vorgeht, dann wäre es vielleicht die Frage, wann droht mir denn eine Kündigung? Und da muss man ganz klar sagen, wenn es um die Krankheit geht, dann kommt ja immer nur in Betracht eine krankheitsbedingte Kündigung als Sonderform der sogenannten personenbedingten Kündigung. Und hier wäre die Frage, welche Zeiten sind da relevant? Und da gibt es zwei grobe Unterschiede. Zum einen die häufigen Kurzzeiterkrankungen. Der Arbeitnehmer fehlt immer mal wieder am Freitag, am Montag, vor allen Dingen gerne so rund ums Wochenende, nach dem Urlaub, immer mal wieder ein paar Tage. Und es gibt die lang anhaltende Erkrankung, da ist jemand sehr, sehr lange krank und hat eine sehr schlechte Gesundheitsprognose. Diese beiden Sachen sind unterschiedlich zu behandeln. Wir fangen mal mit den lang andauernden Erkrankungen an oder den längeren Erkrankungen. Da ist es so ganz grob im drei Jahre lang jeweils mindestens sechs Wochen, also diesen Geldfortzahlungszeitraum und länger. Aber das wäre etwas, wo man an eine personenbedingte, also krankheitsbedingte Kündigung wegen Langzeiterkrankungen denken könnte. Allerdings müssen dann ja viele andere Voraussetzungen noch erfüllt sein. Man muss gucken, wo kommt die Krankheit her? Ist ein betriebliches Eingliederungsmanagement, ein BEM durchgeführt worden und so weiter und so fort. Und der Arbeitnehmer kann im Prozess diese Negativprognose widerlegen. Ich sage euch ja immer, solche Kündigungen kicke ich, zumindest die erste kicke ich immer weg. Wenn du da Hilfe brauchst, melde dich deutschlandweit und besprich erst mal kostenlos und unverbindlich mit mir, was ich da machen kann. Auch manchmal schon sinnvoll bei der Einladung zum BEM. Schau dir dazu unsere Videos an. An der andere Fall, die häufigen Kurzzeiterkrankungen, die sind heikler. Wenn du also sehr häufig für ein paar Tage fehlst und könnte das auch schon problematisch sein, wenn du insgesamt diese sechs Wochen nicht erreichst. Allerdings müsste das sich auch meines Erachtens zumindest über einen längeren Zeitraum als ein Jahr erstrecken. Aber durch diese kurzen Erkrankungen, die sind für den Arbeitgeber regelmäßig stark belastend, weil sie den Betriebsablauf in besonderem Maße stören. Wenn du also lang erkrankt bist, kann der Arbeitgeber eine Ersatzlösung schaffen, neu einstellen oder organisieren. Wenn du dauernd mal kurzzeitig ausfällst, dann muss jedes Mal wieder irgendwie darauf reagiert werden. Kollegen müssen die Arbeit dann mitmachen. So kurzfristig schafft man keine Ersatzsituation heran. Das alles führt dazu, dass dann im Rahmen der bei der Kündigungsschutzklage immer vorzunehmenden Interessenabwägung, da kommst du ja immer, egal was vorher alles war, ob du vorher schon die Kündigung weggekriegt hast, aber irgendwann am Ende, wenn das alles noch okay ist, kommst du ja immer zu einer Interessenabwägung. Und da muss der Arbeitgeber dann darlegen, wie hoch die Störungen sind. Und da ist bei diesen häufigen Kurzzeiterkrankungen dieser Störfaktor immer sehr gut darzulegen. Das ist jedem klar, das ist gerichtsbekannt, dass so etwas einen erhöhten Aufwand bedeutet. Also wenn jemand sechs Wochen hintereinander krank ist oder drei Monate krank ist, dann kann ich das als Arbeitgeber besser in den Griff bekommen, als wenn jemand vier Wochen zwar nur insgesamt krank ist, aber die immer mit einzelnen Tagen oder zwei Tagen und mal wieder ein Einzeltag. Auch in diesen Fällen ist allerdings mit Prognosen zu arbeiten, beruhen diese Erkrankungen auf derselben Ursache und ist diese Ursache in absehbarer Zeit abzustellen, zum Beispiel durch eine Therapie bei psychischen Erkrankungen oder durch eine Entziehungskur bei Alkohol. In all diesen Fällen würde dann auch hier diese Negativprognose unterbrochen werden können. Aber wenn man so eine Besonderheit nicht hat, wenn das immer unterschiedliche Erkrankungen sind, dann würde eben aus dieser Häufigkeit und dieser Unvorhersehbarkeit in der Vergangenheit auch für die Zukunft die Prognose erfolgen. Das wird sich auch weiter so entwickeln. Und das wiederum könnte dann tatsächlich schwerer anzugreifen sein. Auch hier keine negativen Erfahrungen, auch hier immer gut gelaufen für meine Mandanten. Aber das ist dann schon nicht mehr ganz so der Selbstläufer wie bei der lang anhaltenden Erkrankung. Wenn du also selbst solche Probleme hast, dann empfehle ich dir, schau, dass du zumindest versuchst, aus dieser Krankheit auf die Spur zu kommen, diese Krankheit an den Wurzeln zu bekämpfen, sollte es dann nämlich eine Kündigung geben, kann man hier die daraus gewonnenen Erkenntnisse ganz gut vortragen und daraus vielleicht dann auch die Negativprognose angreifen. angreifen.